Und zwar gibt es hier einen versteckten Eingang, den wollte ich euch ganz gerne zeigen. Das ist die ganze erste Startbuhr. Da springen wir einfach runter und wir gehen hier vor. Ich habe hier schon die Wand leider in die Luft gejagt. Also wir nehmen den hier, dann schwimmen wir zu dieser Wand. Und das Ding ist eigentlich gesperrt. Wir müssen hier die Wand dann in die Luft jagen. Dann ist das offen. Jetzt können wir da unten rein. Jetzt werden wir hier einmal aufräumen, würde ich sagen. Wir müssen beide gleichzeitig in die Luft jagen. Jetzt müssen wir den da hinten wieder aktivieren. Dann öffnet sich der Eingang. Dann kann man die Truhe hier nehmen. Okay. Eigentlich ganz simpel. Eine wertvolle Truhe. Gut. Die ganzen Truhen, das werden wir später alle noch einzeln sammeln. Aber so kommt man hier rein. Es geht jetzt mal hin. Dann können wir in der Augen zurückいく.